Ein Transporter und ein Land Rover sind in Schillingen zusammengestoßen. Der Fahrer des Geländewagens wurde dabei leicht verletzt, sein Beifahrer sogar schwer. Zu dem Verkehrsunfall war es auf der Bahnhofstraße in Schillingen gekommen. Dort war aus bislang ungeklärten Gründen ein Transporter mit einem Land Rover zusammengestoßen. Der Aufprall war dabei so heftig gewesen, dass der Geländewagen in einen Vorgarten geschleudert wurde und zur Seite kippte. Der Transporter ist auf der Straße zum Stehen gekommen. Ersthelfer hatten sich sofort um die Insassen des umgekippten Geländewagens gekümmert. Nach notärztlicher Versorgung war der Fahrer des Land Rovers mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Hermeskei gebracht worden. Der Beifahrer hingegen hat sich derart schwere Verletzungen zugezogen, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen werden musste. Der Fahrer des Transporters war bei dem Unfall unverletzt geblieben. Der Land Rover ist mit einem Gabelstapler wieder aufgerichtet und schließlich abgeschleppt worden. Laut Polizei Hermeskei entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Transporter war ebenfalls mit erheblichem Sachschaden abgeschleppt worden. Im Einsatz war die Feuerwehr Schillingen, das DHK aus Zerf und Hermeskei sowie der Rettungshubschrauber Air Rescue 3 aus Luxemburg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017